Was war eine großartige Zeit? Das ist, dass Bibliotheken nichts mit Gebäuden und Büchern oder sonst was zu tun haben, sondern mit Menschen. Mit Menschen, die darin arbeiten und mit Menschen, die in diesen Bibliotheken irgendetwas tun. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist beeindruckend, was Bibliotheken, gerade diese kleinen öffentlichen Bibliotheken, tun. Da könnten sich auch einige große Bibliotheken echt eine Scheibe drin abschneiden. Doch, es gehört unbedingt zusammen. Also eigentlich von der Logik schon. Also Bibliotheken sind ja keine Buchverleihsysteme. Bibliotheken, dass sie das Bücher verleihen, hat damit was zu tun, dass Bücher einmal irgendwann ein Medium war, mit dem man gerade Informationen vermittelt hat. Wenn die Bibel wie Jesus Christus heute leben würde, dann wäre wahrscheinlich die Bibel eine Mischung aus World of Warcraft und irgendeiner App oder sowas. Und wahrscheinlich würden wir dann die zehn Gebote über Facebook wahrnehmen. Das ist also ein großes, großes Feld. Und für mich ist Social Media nichts anderes als die natürliche Erweiterung einer Bibliothek. Und ich bin auch der Meinung, dass es weniger was zu tun hat mit Marketing und PR, als vielmehr, dass diese ganzen digitalen Aktivitäten einfach den Raum Bibliothek natürlich erweitern. Vielen Dank. Vielen Dank.